Ich muss sagen, dass die Bundesaußenministerin die Ukraine kennt. Sie war jetzt vor kurzem vor dem Krieg im Osten der Ukraine. Sie versteht die Gefahren auch für die westliche Welt. Sie versteht, dass Krieg in Europa ist. Sie ist selbst da präsent gewesen. Sie versteht die Problematik der Menschen. Sie versteht, dass wir auch in diesem Konflikt auch mit Waffenlieferung eine Lösung finden müssen und die Armee, die russische Armee, diese Aggression, dieses sinnloses Killen gestoppt werden. Ich bin sehr beeindruckt von Frau Baerbock und wie sie im Einsatz ist und ihren Job macht. Mit einer Passion und Verstand.